Wir bitten Sie dringend um Hilfe. Wir haben sieben Kinder. Es gibt nichts zu essen für Sie. Für jede Hilfe wären wir dankbar. Was brauchen Sie genau? Bitte schreiben Sie uns. Vielleicht brauchen Sie irgendwelche Lebensmittel. Für jede Hilfe wären wir dankbar. Wir haben nichts. Guten Morgen! Hallo, Jungs! Ich habe etwas für euch, Jungs. Los geht's! Mögt ihr Kekse? Ja. Okay, dann gibt's jede Menge Kekse, jede Menge Bananen, Schokolade. Und das ist für euch. Wir haben ein paar Lebensmittel gekauft, weil wir nicht wussten, was ihr wirklich braucht. Wenn ihr uns sagt, was ihr braucht, werden wir versuchen, es beim nächsten Mal mitzubringen. Mein Name ist Dean. Übersetzt bedeutet es Wolf. Mango. Eigentlich Morgan. Aber sie nennt sich selbst Mango. Morgan bedeutet übersetzt, Koralle aus dem Meer. Said. Übersetzt bedeutet es erfolgreich. Er ist so ernst! Und du? Rajalani. Übersetzt große Hoffnung. Du bist so schön! Willst du in Zukunft Model oder Schauspielerin werden? Jasmin? Jasmin? Jasmin. Übersetzt heißt es Wind am Himmel. Und ich dachte, du wärst Aladdins Freundin. Mein Name ist Inghisar. Übersetzt Sieg. Ihr seid mit euren Kindern gesegnet. Ihr seid die reichsten Menschen der Welt. Schaut, wie viele Juwelen ihr habt. Sagt mir mal, was mögt ihr? Ich mag Bananen. Ja, wir haben viele Bananen für dich mitgebracht, meine Liebe. Und was magst du? Ich mag Bücher. Liest du gerne? Okay. Ich liebe den Hulk, den Superhelden. Uh, das war's. Ich werde das alles in meiner Liste aufschreiben und reinschauen, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Okay. Ihr seid so süß. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin so glücklich. Es ist eine so wunderbare Familie. So wunderschöne Kinder. Mir fehlen die Worte, Ihnen zu sagen, wie glücklich ich bin. Ich möchte Ihnen danken, meine Lieben. Denn dank Ihnen wird es in der ganzen Welt, in verschiedenen Städten und Ländern möglich, Gutes zu tun. Es ist möglich, solche guten Taten zu vollbringen. Denn all dies sind Ihre Opfer. Nun, Hündchen, mein Süßes, du brauchst auch Futter. Wir werden ihn jetzt füttern. Ja, mein Süßer. Also, meine Lieben, Sie können allen helfen. Sowohl streunenden Tieren als auch Menschen, die Sie brauchen. Vielleicht ist es eine Oma von nebenan. Vielleicht ist es eine Familie in Not. Oder wenn Sie bloß zu unseren Seminaren und Kursen kommen, werden Sie bereits eine Wohltäterin. Sie helfen bereits Menschen. Denn wir leiten alle Einnahmen aus unseren Seminaren an Menschen weiter, die diese finanzielle Unterstützung wirklich brauchen. Tun Sie Gutes. Lassen Sie diese Welt zu einem besseren Ort werden. Wir laden Sie zu den spirituellen Seminaren. Workshops und Retreats mit den führenden Weltmeistern ein. Entfalten Sie Ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Finden Sie Ihre Berufung und sammeln Sie persönliche Kraft für Wohlstand und die Verwirklichung von Zielen. Schreiben Sie, ich möchte zum Seminar, an die Mailadresse und wir schicken Ihnen alle Informationen. Bis bald!